Wir grüßen dieses Haus und wünschen euch allen von Herzen das göttliche Wohlgefallen. Gott möge euch allen Gesundheit verleihen, den Vieh und den Saaten ein gutes Gedeihen. Christus möge im Hause wohnen, für jede Wohltat ein Reich belohnen. Das segne dieses Haus und alle, die hier gehen, ein und aus. Wir bitten euch, ihr müsst es schon um Augen für die Weltmission. Dann öffnet billig eure Hände und gebt uns eine kleine Spende. Jetzt neu! Mini-Monopoli! Ja! Gummibärchenstraße kaufe ich mir! Was? 2000 Euro soll ich zahlen? Cool, ich bekomme 200 aus der Mini-Tasse. Grenzenloser Spaß mit Mini-Monopoli! Neu im Mini-Raum verfügbar! Danke! Ja! Danke! Trostos, den Jan habt ihr Freude gegeben, erlohne es euch mit dem ewigen Leben. Holen Sie sich jetzt das Spezialpaket für Heilig Drei König. Es enthält weiße Kreide, ein Spezialkohle, Stück und Dufttenden, Weihrauch. Der Inhalt wurde auch exklusiv vom Pfarrer bereit. Das Spezialpaket für Heilig Drei König ist nur in der Kirche erhältlich. Wir bitten um eine Spende für den Nimmstauschuhl. Ganz gut, Schiedersdorfer, geht's euch. Geht's dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.